Eine Saftschlacht bahnt sich an zwischen Edeka und dem Smoothie-Hersteller True Fruits. Stein des Anstoßes ist diese Werbekampagne. True Fruits hat auf ihre Glasflaschen die Namen der Parteien, der großen Parteien gedruckt, die am 26. September zur Bundestagswahl anstehen. Und dabei sind auch die Wahlprogramme zu lesen auf den Flaschen, aber nicht nur die echten Wahlprogramme, sondern es sind auch immer noch ein, zwei Aussagen gefakt dort drauf. Hintergrund ist, dass man sich selbst ein Bild machen soll, was dort zur Wahl ansteht. Das Problem ist, aus Sicht von Edeka, dass die AfD auch dabei ist und dass eben dieses Fläschchen der AfD nicht in die Regale kommen soll. Und Edeka hat das mit einem Facebook-Post kommentiert. Die haben gesagt, rechts ist bei uns kein Platz im Regal. Das wiederum bringt True Fruits auf die Palme und sie reagieren auch medienwirksam mit weiteren Instagram-Posts. Die Frage ist, konnte der Lebensmittelhersteller Edeka die ganzen AfD-Fläschchen aussortieren und so wieder an True Fruits zurückschicken oder war das möglicherweise illegal? Und vor allen Dingen durfte True Fruits jetzt darauf wieder per Instagram-Message reagieren. Wir schauen uns das alles ganz genau an in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und wenn ihr uns auf dem Weg zu 800.000 Abonnenten unterstützen wollt, dann klickt jetzt. Würde uns jedenfalls tierisch freuen, wenn ihr mit dabei wärt, diejenigen, die uns dort in eine gigantische Followerzahl gerade pushen. Ja, pushen tut sich auch immer wieder True Fruits. Sie sind auch Weltmeister der Social-Media-Kommunikation. Insofern haben sie hier kurz vor der Bundestagswahl einen ganz guten Kuh gelandet. Sie haben eben die Wahlprogramme in Kurzform abgedruckt auf ihre Flaschen und diese Flaschen stehen jetzt in den verschiedenen Regalen der Supermärkte. Verschiedene Geschmacksrichtungen für CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP und AfD. Die Auszüge sind dann eben Auszüge aus den Wahlprogrammen und das Spielchen, was sie dort spielen, nennt sich True or False. Und unter anderem gibt es auch eine Flasche der AfD und die sieht so aus. Und auf dieser Flasche der AfD ist dann eben auch das ganze Wahlprogramm abgedruckt. Mal gucken, ob wir das hier lesen können. Ja, also man sieht jetzt hier im September hat man wieder die Qual der Wahl. Aber wofür stehen die Parteien eigentlich? Wir haben für dich mal nachgelesen. Auf dieser Flasche geht es um die AfD. So steht es eben auf der Flasche. Und dann steht eben, verpackt in ein True or False Spielchen haben wir dann entsprechendes Parteiprogramm. Es sind zwei falsche dabei. Ihr könnt jetzt mal eben mitraten, was ist nicht von der AfD? Deutschland tritt aus der Europäischen Union aus und führt eine nationale Währung ein. Also D-Mark kommt zurück. Die Wehrpflicht wird für deutsche Staatsbürger wieder eingeführt. Boah, könnte sein, dass sie das fordern. Kinder sind ab zwölf Jahren strafmündig. Aktuell wisst ihr ja, ab 14 erst. Und fallen ab 18 unter das Erwachsenenstrafrecht. Das ist aktuell ab 21 so. Die Einbürgerungsgrenze wird pro Jahr auf 1500 Migranten festgelegt. Kann sein. Die Umsatzsteuer für Medikamente wird von 19 auf 7% gesenkt. Fordert die AfD das? Die Genderideologie wird abgeschafft. Unter anderem durch die Verhinderung von Pädagogik der Gendervielfalt im Kindergarten. Ein bisschen strange, aber kann ja sein. Die fordern schon mal strange Sachen. Im Scheidungsfall wird das Trennungsjahr auf zwei Jahre erweitert, um mehr Ehen erhalten zu können. Der Bau neuer Kernkraftwerke wird gefördert. Und zur Verbrechensbekämpfung wird Gesichtserkennungssoftware eingesetzt. Also das sind die verschiedenen Antworten. Zwei davon sind falsch. Welche davon falsch sind, gucken wir uns gleich hier einmal an. Fakt ist jedenfalls, egal was hier richtig oder falsch ist, Edeka wollte überhaupt nichts davon haben. Sie haben ein recht medienwirksames Facebook-Posting losgelassen und haben eben hier gesagt, rechts ist bei uns kein Platz im Regal. Also das hat Edeka hier gepostet. Sie sagen eben, dass die AfD rechts ist und bei uns im Regal, also bei dem im Regal, gibt es keine Flaschen. Das wiederum hat ziemlich viel Aufmerksamkeit erzielt. Kleines Wortspiel meinerseits. Also da sieht man schon, hier gab es 14.000 Kommentare. Das Ganze ist 4.000 Mal geteilt worden. Klar, dass da der Löwe los war. Das wiederum fand Truefruits gar nicht cool, dass sie denen eben die Flaschen zurückgeschickt haben. Und Truefruits reagiert darüber, wie folgt, sie sagen, für politische Aufklärung ist bei uns kein Platz im Regal. Edeka. Ja, also sie machen ein Edeka-Posting nach und sagen, Moment mal, wir, also liebe Edeka, ja, wir finden die AfD auch scheiße, aber scheiße, müsste man das nicht eigentlich großschreiben? Wenn schon, dann würde ich doch jetzt hier auch auf Rechtschreibung achten. Na gut. Aber Aufklärung ist wichtiger als peinliches Social Signaling, wie ihr es hier versucht. Deswegen haben wir unsere Parteiprogramm Rätsel auch bewusst alle sechs großen Parteien des Deutschen Bundestages dargestellt, um jedem die Chance zu bieten, zu erkennen, wofür die Parteien stehen. Aber das wusstet ihr ja, ein Schelm, wer bei eurer Aktion am Populismus denkt. Wir hoffen, dass euer unüberlegter Angriff jetzt wenigstens dazu führt, dass möglichst viele Leute sich mit den Parteien auseinandersetzen. Also da geht es ganz schön hin und her. Jetzt gibt es auch darauf wieder natürlich tausende Kommentare hier drunter. Da seht ihr also, wie es hier abgeht. Simon Ruane, nice. Ach, es ist ehrlich, der hat euch da auch schon mal ein Video gemacht mit den Drogen. Ja klar, fällt mir der Channel jetzt gerade gar nicht ein. Und da sieht man eben, dass es da drunter, manche sagen eben, ja, war unüberlegt. Manche sagen, stabile Haltung von Edeka. True Foods soll der AfD überhaupt keine Bühne geben. Andere sagen, nee, ist schon in Ordnung. Man muss sich auch mit den AfD-Slogans auseinandersetzen. Also insofern, hier geht es heiß her. Und im Übrigen andere Skandale von anderen Parteien. Da wisst ihr noch, habe ich ja letztens auch darauf reagiert, hat Rezo ja auch darauf reagiert, was die CDU alles so falsch macht. Apropos CDU fällt mir an dieser Stelle ein. Die hatten ja letztens auch ein fettes Datenleck. Und mit Datenlecks kennen wir uns hier aus. Ich habe ja schon öfter jetzt hier an dieser Stelle gesagt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ihr könnt mal checken, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Wir versuchen 500 Euro für jeden rauszuschlagen vom Facebook, der betroffen ist vom Datenleck. Also da könnt ihr das prüfen unten in der Caption zum Facebook-Datenleck. Kommen wir zurück zu Truefruits und deren Zoff mit den Parteien. Man kann sich jetzt die Frage stellen, durfte EDEKA das? Durften die wirklich die Flaschen, die AfD-Flaschen wieder zurückschicken? Das hängt davon ab, welche Verträge hier geschlossen worden sind zwischen Truefruits und EDEKA. Erstmal könnte es sein, sie hätten einen Vertrag gemacht über die Lieferung von Flaschen mit aufgedruckten Wahlprogrammen, explizit ohne Wahlprogramm der AfD. Wenn das so gewesen wäre, dann wäre etwas anderes geliefert worden als die bestellten Sachen. Und wenn man sagt, es ist etwas anderes geliefert worden, also ein sogenanntes Aliud, sagen wir Juristen, dann muss man schauen, waren das vielleicht gleichwertige Sachen, die sie hier geliefert haben oder eben keine gleichwertige Sachen. Und wenn man was anderes geliefert hat, dann ist nach § 434 Absatz 3 ein Sachmangel gegeben. Ein Sachmangel steht jetzt gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sache oder eine zu geringe Menge liefert. Also sprich, hätten die hier etwas bestellt, mal gucken, dass ihr das auch lesen könnt, mach ich mal hier, kommt jetzt nicht ganz drauf, na egal. Also das war das, was ich gerade vorgelesen habe. Hätten die hier etwas bestellt, aber ohne AfD, dann durfte natürlich auch nicht AfD geliefert werden. Andere Variante wäre, Truefruits hat nun generell einen Vertrag über die Lieferung von Smoothies. Da könnte man noch sagen, naja, es stellt einen Sachmangel dar, wenn die was liefern, was man nachher nicht verkaufen kann, weil AfD sich irgendwie schlecht verkauft im Regal. Keine Ahnung, ob ich jetzt eine AfD-Smoothie kaufen würde, vermutlich nicht. Und dann wäre es wieder ein Mangel. Aber die AfD ist nun mal, ich glaube, sind die im Moment dritt oder viert stärkste Kraft. Also da gibt es dann schon viele, die auch gerne wahrscheinlich das AfD-Smoothie kaufen würden. Da muss man dann sagen, vermutlich dann kein Sachmangel, wenn das nicht anders vereinbart worden ist. Dann muss EDK auch das wieder annehmen. Andererseits kann man sagen, dass eventuell das Ruf schädigen, wenn sowas im Regal steht, ja. Und dann könnten sie aber die ganze Charge zurückschicken. Dann ist es egal, ob AfD oder Linke oder auch die anderen Parteien. Dann will man als EDK überhaupt nicht politisch sich äußern. Dann hätten sie alles zurückschicken können. Aber da sich jetzt die AfD rauszupicken, schwierig. Weil letztlich, auch wenn ich, wisst ihr ja, kein großer Fan der AfD bin, es ist eine zugelassene politische Partei. Weil es ist eben nicht die NPD. Bei der NPD muss man sagen, da haben wir es um eine verbotene, oder sagen wir NPD, weiß ich jetzt gar nicht genau. Da gab es ja immer das Verbotsverfahren, wie es zuletzt ausgegangen ist. Ging immer hin und her. Aber sagen wir mal, wir hätten eine verbotene Partei, eine klar verbotene Partei oder Organisation. Da würde ich auf jeden Fall sagen, kann man zurückschicken. Bei AfD wird es dann eher schwierig, wenn nichts anderes vereinbart worden ist. Und hätte man überhaupt keinen Vertrag mit True Fruits geschlossen, sondern die Flaschen ungefragt. Über jedenfalls diese Flaschen. Die haben natürlich einen Vertrag, aber diese Flaschen ungefragt einfach zugeschickt. Da könnte EDK auch alles wieder zurückschicken können. Halte ich allerdings für sehr, sehr unwahrscheinlich. An dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz die Aufklärung. Ach nee, wir warten noch mit der Aufklärung. Was von diesem AfD-Programm jetzt tatsächlich verboten war oder nicht. Die Frage allerdings, wie provokant darf Werbung eigentlich sein? Das ist ja auch immer wieder etwas, was man sich an Frage stellen kann. Und da gab es einen riesigen Provokationsskandal in den 90er Jahren. Habe ich noch kennengelernt. Das war die Werbung von Benetton. Die hatten also sozusagen einen nackten Popo abgebildet und HIV-Positiv stand da hinten drauf. Das war der Provokationsskandal des Modekonzerns Benetton. Der ging rauf bis zum Bundesverfassungsgericht, wenn ich es im Kopf hatte. Es ging darauf, dass der Stern gesagt hat, wir drucken diese Werbeanzeigen nicht ab. Benetton hatte ja gebucht. Stern sagte, wir drucken nicht ab. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist von der Meinungsfreiheit hier gedeckt. Und die deutschen Gerichte sagen, also Meinungsfreiheit geht sehr, sehr weit. Und insofern würde man wahrscheinlich auch sagen, auch True Fruits kann sich auf die Meinungsfreiheit berufen. Schwierig wird es dann, wenn man irreführende, belästigende oder jugendgefährdende Werbung hätte. Kann man aber jetzt wohl hier nicht sagen. Ganz im Gegenteil, die wollten eher aufklären. Vergleichende Werbung. Coca-Cola vergleicht sich mit Pepsi. Ist übrigens auch in Deutschland mittlerweile möglich. Da geht es allerdings darum, dass man sehr genau hinschaut, wie man vergleicht. Das darf nichts Unwahres sein. Man darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber dann ist selbst das in Deutschland möglich. Verstößt man gegen Werbevorschriften, wie True Fruits hier möglicherweise, kann man darüber diskutieren. Dann geht das Ganze vor den deutschen Werberat. Da war, hing True Fruits schon mal mit einer polarisierenden Werbung. Da ging es um unser Quotenschwarzer. Und dann ging es um Sexismus. Werbung hatten sie mal irgendwie auch so einen Rücken, ein nackter Frauenrücken mit einem Penis mit Sonnencreme drauf gemalt. Und solche Sachen gehen dann regelmäßig vor den deutschen Werberat. Der hat keine direkten Sanktionsmöglichkeiten, aber er kann eine sogenannte Rüge, öffentliche Rüge aussprechen. Und ja, die Frage ist natürlich, ob das jetzt hier auch wieder vor den deutschen Werberat geht und wie er reagiert. Werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Wenn ihr das wissen wollt, dann lasst da ein Abo da. Und wir gucken jetzt mal, was von diesen ganzen Aussagen der AfD falsch war, die die True Fruits da auf die Flasche geschrieben hat. Und das klären die nämlich dann auf ihrer Webseite auch entsprechend auf. Also geht es natürlich um alle möglichen Parteien. Und jetzt gucken wir mal, was die AfD so in ihrem Parteiprogramm drin hat. Deutschland tritt aus der Europäischen Union aus, führt die nationale Währung, also die D-Mark wieder ein. Ja, das fordern die an mehreren Stellen in ihrem Parteiprogramm. Die Wehrpflicht wird wieder eingeführt. Auch das fordern sie ist eigentlich Quatsch, weil die Wehrpflicht ist nie abgeschafft worden. Treue Zuschauer wissen das. Sie müsste nur entsprechend wieder in Gang gesetzt werden, also eingeführt. Wir haben die ja Kinder ab zwölf Jahre strafmündig. Nicht tatsächlich, das wollen die. Und ab 18 immer Erwachsenenstrafrecht ist sozusagen gesetzt. Und Einbürgerungsgrenze 1500 Migranten, das ist Quatsch. Hat True Fruits sich ausgedacht. Hätte ich mir bei denen auch noch vorstellen können. Ich fand nur 1500 sehr niedrig, selbst für AfD. Aber was kann man sich da schon bei denen so vorstellen? Dann Umsatzsteuer, Medikamente wollen sie senken auf 7%. Okay, die Genderideologie wird abgeschafft, unter anderem durch Verhinderung von Pädagogik. Gibt ja Gender-Vielfalt im Kindergarten auch völlig irre, aber scheint im Parteiprogramm zu stehen. Im Scheidungsfall wird das Trennungsjahr auf zwei Jahre erweitert, um mehr Ehen erhalten zu können. Hätte ich mir bei denen auch vorstellen können, ist aber nicht drin. Und dann wollen die wieder Kernkraftwerke bauen. Das ist natürlich auch völlig crazy. Alles geht Richtung Solarenergie und erneuerbare Energie. Und die AfD will wieder Kernkraftwerke einführen. Und zur Verbrechensbekämpfung wird Gesichtserkennungssoftware eingesetzt. Scheint auch so ein Ding zu sein, was die wollen, wo ich ja hier auch immer auf die Gefahren von Gesichtserkennungssoftware hinweise. Aber gut, wollen wir uns jetzt gar nicht im Detail mit deren Wahlprogramm weiter auseinandersetzen, finde ich schon strange. Ich finde die Aktion von Truefruits gar nicht so schlecht. Denn im Moment findet meines Erachtens noch nicht so super viel Wahlkampf statt. Und wenn man jetzt so langsam reinkommt, es gab jetzt das Triell, wie hieß das glaube ich, wo Baerbock, Scholz und Laschet sich da an die Köppe gekriegt haben. Und da war, glaube ich, die Reihenfolge dann Scholz, Baerbock, Laschet nach den ersten Forsa-Umfragen danach. Aber all das trägt ja dazu bei, dass wir uns Gedanken darüber machen, wem wollen wir eigentlich wählen. Und insofern muss man sagen, in unserer Demokratie scheint alles in Ordnung zu sein. Smoothie-Hersteller dürfen provozieren, Supermärkte dürfen selbst entscheiden, ob sie diese Provokation mitmachen und was sie ins Sortiment nehmen und was sie rausschmeißen. Und wir alle können uns am Wahltag dann entscheiden, keine Flaschen zu wählen. Insbesondere keine braunen Flaschen. Ein kleines Wortspiel am Rande. Wenn ihr Bock habt, schaut euch auch noch diese beiden Videos an. Bis morgen ist nämlich noch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Da bin ich mit einem neuen Video am Start. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.